Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute machen wir mal eine neue Build Challenge. Darum geht es, dass jeder Raum ein anderes Budget hat. Und ich habe mir hier so einen Random Number Generator rausgesucht. Und ich habe als Minimum 2000 angegeben und als Maximum 12.000. Das erste Ding machen wir gemeinsam, das ist nämlich der Eingangsbereich. Danach werde ich aber nur nachkommentieren, aber werdet natürlich trotzdem sehen, welches Budget welcher Raum dann bekommt. Und wir werden genau die Nummer nehmen, die hier dann erscheinen und ich versuche daraus dann einen Raum zu bauen. Und ich drücke mal drauf und es ist 4629. Dann gehe ich nämlich ins Spiel, dann mache ich das hier und gebe Money. Warte, was war das nochmal? Moment, ich bin sofort da. 4.629 4.629 Zack Und dann haben wir nur das und das gebe ich dann dafür aus. Und ich werde das dann jedes Mal neu machen. Wir sehen uns auf jeden Fall dann gleich wieder, wenn es heißt LOL Wir bauen Ich wollte gerade schon wieder anfangen zu begrüßen, obwohl wir ja schon lange damit durch sind, weil ich das ja schon in der Originalaufnahme da gemacht habe. Äh, hoppla, I guess. Ähm, aber ja. Vor allem später beim Außenbereich, da werdet ihr sehen, dass ich richtig viel Geld dann halt noch liegen lassen habe, weil ich einfach nicht mehr wusste, was ich damit anfangen sollte. Ich weiß halt bei Außengestaltung nie, wie viel Geld man ungefähr braucht, um das und das zu machen. Deswegen, ja, habe ich halt da ein bisschen übertrieben und das hat man halt auch richtig gemerkt, weil ich dann gar keinen Plan mehr hatte, was ich machen sollte. Und, ja, auch, ähm, sonst hätte ich das Budget noch ein bisschen runtersetzen können, aber jetzt ist es halt so geworden. Und, ja, ich hoffe, dass alles benutzbar ist. Ich habe es hochgeladen in meiner Galerie, da könnt ihr das unter Mooligirly finden. Ich habe den Account auch in meiner Videobeschreibung verlinkt, falls ihr den nicht selber findet, beziehungsweise der Name steht da. Also, kann ja sein, dass ihr den falsch schreibt oder so. Und, ähm, ja, wenn ihr irgendwas übrigens im Hintergrund habt, das ist mein Hund, die gerade isst, also macht euch da keine Gedanken. Und, ähm, ja, ich bin auf jeden Fall recht zufrieden für das, was es ist. Ähm, von vorne sieht es halt ein bisschen zu platt aus, finde ich, aber, naja, ist halt dann so, ne. Ähm, ja, ich, äh, möchte jetzt ein bisschen darüber reden, was hier gerade so abgeht in meinem Leben, weil, warum eigentlich nicht? Also, erst habe ich überlegt, ob ich nicht Cam mache, also dieses Video hier, weil eigentlich wäre das cool. Andererseits war ich da und dachte mir so, hm, dann rennt das vielleicht noch länger und dann schaffen wir es vielleicht wirklich nicht, dass das Video Mittwoch online geht, weil, ja, ich muss halt morgen auch arbeiten, ne. Also, ich nehme es hier am Dienstag auf, die Voice-Aufnahme hier. Und, ähm, ja, weil ich es halt gestern nicht geschafft habe, weil das Video halt mal eben dreieinhalb Stunden gerendert hat. Das ist die Ruheaufnahme. Und das ist halt schon heftig gewesen. Dreieinhalb Stunden ist schon, äh, viel, würde ich behaupten. Aber, ja. Ja, auf jeden Fall, äh, Arbeit. Darüber wollte ich auch reden, denn das nimmt sehr, sehr viel ein in meinem Leben, ne. Und ich weiß, mir wurde auch schon öfter geschrieben, ja, dass ich mir da nicht so einen Stress machen soll. Und dass das natürlich vorgeht, als jetzt meine YouTube-Videos hier und sowas. Aber, Leute, wenn ihr eine Streak aufgebaut habt, von zwei Jahren oder so, wo ihr, ähm, jede Woche mindestens ein oder zwei Videos hochgeladen habt, dann wollt ihr die nicht einfach so brechen. Und das ist hier mein Herzensprojekt, mein Hobby. Und ich möchte nicht einfach, dass das gebrochen wird, weil ich arbeite. Okay? Und ich meine, es ist halt möglich. Ich bin halt nur noch nicht so, ich habe noch nicht gefunden, wie ich halt mein Zeitmanagement hier ändere, damit ich halt schön das machen kann. Deswegen, ähm, ja, das ist halt mein einziges Problem. Ansonsten ist halt alles tippitoppi. Ohne Witz. Aber, hey. Nee, ich meine, äh, ihr bekommt die Videos und, äh, ich herz mich vielleicht manchmal ein bisschen. Aber ich freue mich doch auch gleichzeitig, weil ich möchte doch auch, dass meine Videos hier kommen, wie gesagt, ne. Also, ich finde es ja auch schön. Und deswegen, es ist ja für keinen irgendwie schlecht oder so, aber, ja. Manchmal bin ich dann doch noch ein bisschen überfordert damit, wie das hier alles ist, ne. Aber, hey. Ich komme da schon noch rein. Ich bin ja gerade mal zwei Monate am Arbeiten. Krass, dass ich schon wieder zwei Monate da bin. Also, kommt mir irgendwie nicht so vor. Aber, hey. Auf jeden Fall, mir gefällt es da auch sehr, sehr gut, ne. Und, ähm, ich arbeite ja im Jahr in meinem Kindergarten. Und ich habe, ähm, dadurch halt jetzt schon erfahren, dass ich gerne im sozialen Bereich arbeiten möchte. Davor war das halt noch nicht so ganz klar. Aber, ja, jetzt bin ich mir schon ziemlich sicher. Und, ähm, ja. Ich finde es auf jeden Fall schöner. Und ich komme auch mit allen gut klar. Und es macht mir Spaß. Und, ja. Ist halt auf jeden Fall toll. Und, ähm, ja. Das, 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 das ist so meine Arbeit. Schön, ne. Ich rede hier wieder richtig viel. Also, zwischendurch habe ich so Phasen. Da rede ich so richtig tippitoppi durch. Und dann gibt es so Phasen, wo ich dann so, äh, mhm, ja. Und, ähm, genau. So bin ich dann die ganze Zeit. Und das ist, das nervt mich selber. Ohne Witz. Übrigens, ich schalte erst jetzt hier das Gitter aus, weil ich das davor nicht gemerkt habe. Aber alles stört das immer, wenn ich das Gitter anhabe. Deswegen, ja, habe ich das Gitter jetzt dann ausgeschaltet, weil ich das doch selber brauchte. Aber normalerweise hätte ich es wahrscheinlich nicht ausgeschaltet und hätten mich alle wieder angeschrieben. Aber, hey. It's me. Man kennt's. Ähm, ja. Zurück off-topic hier, weil ich rede nicht mehr dazu reden, weil eigentlich habe ich nie zu bereden. Ich meine, ihr seht ja, was da passiert, ne. Also, ja, ähm, irgendwas wollte ich noch sagen. Aber ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Oh je, ähm, genau. Ich kriege am Wochenende Besuch, deswegen weiß ich noch nicht hundertprozentig, ob ich das schaffen werde mit der 100-BB-Challenge am Samstag. Ähm, sondern vielleicht nur in der Satz-Video oder so. Aber ich gebe mir ganz, ganz tolle Mühe, dass ich das schaffe. Ich, äh, drücke die Daumen, dass ich das hinkriege. Aber es wird schon irgendwie. Also, ich meine, ich habe jetzt ja dann noch ein paar Tage Zeit. Ich muss dann halt nur aufnehmen und das irgendwie schneiden können an einem Tag. Und eigentlich müsste das irgendwie klappen. Und wenn nicht, dann haut mich. Haut nicht. Ich bin bereit. Oh, ich weiß gar nicht, was ich denn 25 Minuten hier labern soll. Ohne Witz, ey. Das ist schon eine ziemlich lange Zeit. Muss man schon mal sagen, ne. Ist irgendwas Spannendes passiert in meinem Leben? Ähm, oh, ja, ich habe Frust geshoppt, Leute. Bei, ähm, Shein. Ich sage aber immer Schein, weil meine Schwiegerin das immer sagt. Und, ähm, ja, die haben gerade 20% bis 31. Oktober auf jede Bestellung. Ab 1 Cent. Aber das hat man ja immer. Und, äh, ich habe mir gegönnt, Leute. Äh, ich bin ein Opfer, okay. Ich bin ein Opfer. Aber hey. Ich, ich, ähm, die Sachen sind schön. Und, äh, ich habe 5 Sachen für letztendlich 41 Euro bekommen. Und, ähm, ja, ich hoffe halt, dass sie jetzt ankommen. Die sollen voraussichtlich erst am 28. Oktober kommen. Ähm, hä? Und am Wochenende gehe ich schon wieder shoppen. Aber in der Stadt dann. Ah. Äh, ein bisschen hasse ich mich dafür, aber ich freue mich auch. Weil ich meine, die Sachen, die sind alle sehr, sehr hübsch. Bei, äh, Shein oder Schein, was auch immer, habe ich auf jeden Fall einen coolen Body. Ähm, ich, ich liebe Bodysuits, ne. Ich trage die so, so gerne. Und da habe ich mir auf jeden Fall einen rausgesucht. Also, ihr werdet bestimmt Fotos auf Twitter sehen können. Weil, wenn ich die anprobiere, ne. Dann ein kleines, also ein kleines Kleid. Ein kurzes Kleid. Dann so eine Jogginghose. Weil, bequem halt geht immer, ne. Kann man sich schon mal gönnen. Dann ein bisschen so ein sexigeres Top. Keine Ahnung, also mit so Leder auch und so. Und halt eine Hotpants. Also eine Shorts. Ich sage eigentlich immer Shorts. Ich weiß nicht, wieso ich Hotpants gesagt habe. Aber ich, äh, ja. Ich glaube, das stand da sogar bei, so. Ne, Jeansshorts steht da. Warum? Warum sage ich, warum sage ich Hotpants, wenn ich nie Hotpants sage? Ja, auf jeden Fall habe ich das gekauft. Ah. Ja. Aber, ja. Ich freue mich auf jeden Fall darauf. Auch wenn ich halt ein bisschen mir so denke, so. Ach, mein Geld. Aber, ey. In zwei Wochen kriege ich schon wieder neues Geld, ja. Ich meine, ich kriege da ja nur Taschengeld bei meiner Arbeit. Aber, hey. Ich schätze das sehr, sehr wert. Und, uh, Hilfe. Ich habe etwas getan, was ich nicht gerne tun soll, okay? Macht euch keine Sorgen. Es ist alles okay. Ähm. Ja, wie gesagt, also ich gehe am Wochenende noch mal shoppen. Ich weiß gar nicht, wonach ich gucken soll, ja. Ich, ähm. Ja, ich weiß es wirklich nicht so genau. Weil, es gibt eigentlich viele Sachen, die mich irgendwie interessieren, so. Deswegen, ich gehe einfach in den Läden rein und denke mir dann so, will ich oder will ich nicht? Ich, ja. Hm. Na schauen, wie das dann wird. Ich habe in letzter Zeit richtig gerne so Haferkekse gegessen, weil die sind ja sogar recht gesund, ne. Ich sage das übrigens, weil hier gerade Kekse neben mir liegen. Darauf frage ich mich jetzt deswegen. Die sind gesund und lecker. Und ohne Witz, Leute, esst Haferkekse. Wenn ich sie noch nicht probiert habe, probiert sie. Die sind richtig lecker. Und nebenbei, dass sie lecker sind, ähm, sind die auch, äh, 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 ja, gesund. Also nicht ganz so ungesund wie andere Kekse halt. Und ja, nach dieser Aufnahme werde ich auf jeden Fall erstmal Kekse verspeisen. Aber, ja. Kann man machen. Ach, ich weiß wirklich nicht, was ich sagen soll, okay? Nee, ich weiß auch nicht, ob sich das hier irgendwer überhaupt gibt. Ich meinte halt, ihr könnt euch das ja als Podcast anhören. Aber ich weiß ja gar nicht, worüber ich reden soll. Keiner hört sich das an. Safe. Wenn ihr euch das doch anhört, ne. Dann, äh, keine Ahnung, küsst mich in den Kommentaren oder so. Weil, wenn ihr noch jetzt hier dran seid, ja. Nachdem ich so viel Müll gelabert habe. Was so richtig unnötig war. Dann, dann seid ihr ja wohl verliebt in mich. Und dann könnt ihr mich auch küssen. Das ist meine Meinung dazu. Könnt ihr da machen. Okay. Ich bin so komisch einfach, ne. Ohne Witz. Ich weiß nicht, was falsch mit mir ist. Aber ich meine, ich war heute auch wieder arbeiten. Ja, ich war von 7.30 Uhr bis 16 Uhr unterwegs. Also, auf der Arbeit selbst. Klar, ich hab eine Stunde Pause. Aber, you know. Also, ich war halt ja doch trotzdem da. Also, wie gesagt. Ich find's da toll und so. Aber trotzdem ist es halt schon anstrengend. Kann man ja nicht leugnen, ne. Was mir noch aufgefallen ist. Dieser Jingle, den Ruby erstellt hat und so. Den scheint euch ja auch zu gefallen. Das freut mich sehr. Und sie ist ja auch zufrieden mit sich selber. Und das find ich ganz, ganz toll. Weil das nicht immer so der Fall ist bei ihr. Und deswegen, ja. Ich freu mich auf jeden Fall, dass ihr es mögt. Und dass sie es mag. Und ich find's auch ganz toll. Ich find's schön, dass das hier so existiert. Im Geben. Und, ähm, ja. Ich hab noch nicht wieder geguckt. Ähm, bei der Galerie. Ob schon wieder was online gegangen ist. Aber wenn ja, dann thank you very much. Äh, wenn nicht, ist natürlich. Ach, okay. Ich versteh das ja auch, ne. Also, ich denk mir halt auch ganz oft, wenn ich dann seh, dass, äh, irgendwelche YouTuber, die ich gucke, wenn die halt dann einen Aufruf machen, ja, stellt mir Sims oder so. Dann denk ich mir immer so, ja, hab ich Bock drauf. Aber ich mach halt dann auch richtig oft nicht. Und dann denk ich mir so, upsie. Aber, ähm, ja, also, ich versteh das ja auch total. Weil ich mein, äh, wie gesagt, ich mach das ja auch selber. Ganz oft so. Ja, genau. Ja, genau. Das letzte, was ich mitgemacht hab, war, glaub ich, das mit Nitroland, oder? Also, das mit dem Tiny House für Katie. Ich glaub, das war das. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ähm, aber, ja. Ich lade ja auch manchmal ab und zu einfach so irgendwelche Sachen hoch, wenn ich irgendwas gemacht habe. So, Melody oder so möchte ich halt nicht unbedingt hochladen, weil die ist halt voll mit Kassen-Content, ne. Ähm, aber wenn ihr das möchtet, kann ich die auch hochladen. Aber eigentlich, ich weiß halt nicht. Also, ich mein, Melody hat ja auch schon ein paar Makeover bekommen. Soll ich denn alle Versionen hochladen? Oder nur eine? Ich hab keine Ahnung. Das ist ein bisschen komisch, okay? Ich weiß noch nicht genau, wie ich das dann alles machen soll im Leben. Ich bin eine Widow. Hallo. It's me. Mein Hund ist hier so gemütlich, ne. Ohne Witz, normalerweise. Kommt die dann immer zu mir. Jetzt, also gerade ist sie vor ihrem Napf. Beziehungsweise gerade ist sie aus dem Zimmer gegangen und ist da. Aber sonst kommt sie immer dann zu mir und ist dann vor mir, weil sie nicht alleine essen möchte. Und voll oft, wenn ich esse, isst sie dann auch. Wo ich mir so denke, so, okay, gemeinsames Essen. Hi, Girl. Jetzt geht sie die ganze Zeit raus. Das macht mir hier noch mehr Kürre. Auf jeden Fall, normalerweise, ja, kommt sie dann immer zu mir und ist dann hier. Weil ich hab unter meinem Schreibtisch hab ich auch ein Kissen, was ihr gehört. Und, ähm, normalerweise ist sie dann da. Aber jetzt anscheinend gerade nicht. Draußen ist sie anscheinend wichtiger oder interessanter. Ich weiß nicht. Vielleicht ist da ja jemand. Und vielleicht, weiß ich nicht, ist es da auch einfach angenehmer gerade. Weil ich hier rede und sie sich so denkt, so, halt deine Fresse. Würde mich nicht wundern. Entschuldigung. Ich habe ausstoßen müssen. Ich hoffe, man hat das nicht allzu sehr gehört. Ja, genau. Ähm. Ich weiß wirklich nicht mehr, worüber ich reden soll. Ich hab noch hier 10 Minuten frei. Ach. Aber, ja. Das Haus ist auch schon wieder viel zu generisch geworden, ne? Ach. Was mir einfällt, wenn wir hier schon wieder über Sims reden, ja? Es gab ja diesen Patch. Diesen Patch und, äh, die Skintones wurden ja, die, die Hautfarben da, wurden ja geupdatet, ne? Und alle auf Twitter haben sich ja beschwert, dass die trotzdem noch, äh, hier pixelig sind und so, ne? Und ich hatte schon richtig Schiss vor meinem Spiel. Und hab dann extra schon vorher, ähm, mein, wie heißt denn das? Meinen, ich hab ja ein Overlay drüber, über meine Sims. Ähm, also so ein, was halt immer drüber ist, wo ich halt gar nichts machen muss. Und ich hatte, also den hast du mich schon gelöscht, weil manche meinten halt, dass das nur daran liegt, dass halt dann die, noch die alten Overlays da haben. Ähm, und da dachte ich schon so, oh Gott, na, dann hab ich das schon mal gelöscht, dass das nicht das Problem sein kann. Ähm, ja, und dann, ich hatte so Angst, dass mein Spiel dann halt trotzdem pixelig ist und so, ne? Also die Hauttöne da, die dunklen. Aber sie sehen wunderschön aus und ich bin so, so froh, dass das so ist, ne? Weil ich liebe es halt, dunkelhäutige Sims zu erstellen, weil ich dann halt, äh, die Braids nutzen kann und, äh, halt besonders lockiges Haar. Aber teilweise Afros und sowas halt, ne? Finde ich halt richtig cool. Und ich möchte das halt ungern, ähm, in der Anfang sag ich normalhäutigen. Also nicht normalhäutig, das wollte ich gar nicht sagen. Hellhäutig wollte ich sagen. Normalhäutig, Alter, ich hasse mich. Das ist nicht, was ich sagen wollte. Ihr seid alle normale, egal welcher Hautfarbe ihr habt, okay. Auf jeden Fall, ähm, hellhäutigen möchte ich das halt immer ungern geben, weil, äh, das ist ja, für manche sehen das ja als Angriff so. Und das verstehe ich ja auch. Und deswegen muss ich das ja nicht befeuern, so, wisst ihr? Deswegen erstelle ich, wenn, dann halt nur dunkelhäutige Sims, die halt dann sowas tragen. Und, äh, Ende. Ende im Gelände. Äh, ja, genau. Das wollte ich sagen. Deswegen erstellig gelten halt dunkelhäutige Sims, weil die halt dann sowas tragen können. Weil ich habe so cool CC mit, ähm, Braids und sowas. Und, oh mein Gott, ich liebe es sehr. Ja, wie gesagt, ich freue mich halt auch, dass die geupdatet wurden. Die sehen zwar immer noch so aschig aus und so. Aber immerhin sind sie nicht mal pixlig, ja. Das ist schon mal tausendmal besser. Ich bin halt auch so gespannt, ähm, wie das dann generell wird mit dem Update, was dann im Dezember kommt. Weil da sollen ja ein Slider kommen für Make-up. Ähm, also wie man dann einstellen kann, wie stark das ist. Und, äh, Slider für Hautfarben, ne. Ich bin so, so gespannt, wie das wird, ehrlich. Weil es kann richtig, richtig cool werden. Vor allem sollen ja irgendwie 100 Hautfarben oder so auch dazu kommen. Wo ich mir so denke, so, what? Also ein, ähm, Swatches. Wo ich mir so denke, so, okay, was treibt dein Leben? Also ich meine, es ist nicht übertrieben letztendlich. Weil ich meine, es gibt letztendlich wahrscheinlich noch viel, viel mehr Hautfarben. Deswegen gibt es ja den Slider. Aber, das ist schon richtig krass. Also, wenn das dann auch gut wird, dann freue ich mich halt richtig. Weil, ich meine, ich habe auch, äh, Freunde und Bekannte, die halt dunkelhäutig sind. Und ich freue mich, dass die sich dann endlich, äh, selber repräsentieren können in diesem Spiel. Weil das, ähm, war halt vorher nicht immer so möglich, ne. Weil, ich meine, diesen Grauunterton und so, den, den, den haben die halt nicht. Und, ähm, ja, wenn es ein paar Sims gibt, die halt diesen Grauunterton haben, ist ja okay. Aber, ähm, die meisten haben halt das eigentlich nicht. You know? Deswegen freue ich mich halt für die, wenn die sich dann wirklich im Spiel, ähm, repräsentieren können. Ja. Und ich freue mich, dass ich dann noch, äh, noch besser halt dann solche Sims erstellen kann. Ach ja, ach ja. Ich freue mich einfach sehr auf das Update im Dezember. Weil ich glaube, das kann noch richtig viel ändern. Und ich glaube, viele würden dann, wenn die das gut machen, ich glaube, viele würden, ähm, würden dann wieder zu Sims finden. Sag ich mal. Also, die, also zu Sims 4. Weil viele sagen ja, sind ja jetzt zurückgegangen und finden Sims 4 jetzt voll doof. Aber, ich kann mir vorstellen, dass einige sagen, wenn die das gut machen, okay, ich gebe Sims 4 doch noch eine Chance. Ähm, also ich meine, ich gebe Sims 4 ja schon die ganze Zeit eine Chance, weil ich es einfach nicht als schlechtes Spiel ansehe und es genauso gut ansehe wie Sims 3. Ich gebe dann eine Meinung, ne. Ich finde halt einfach, dass es genau so ist. Habe ich ja in meinem Unpopular Opinions Video auch gesagt. Ähm, ne. Äh, auf jeden Fall, ich finde halt, dass, äh, Was wollte ich denn sagen? Äh, äh, ja. Ja, also das, das, ähm, also ich gebe denen ja sowieso die ganze Zeit eine Chance. Aber ich glaube halt, die, die mir jetzt gerade keine Chance geben, dass sie, wenn die das gut machen, halt eine Chance wiedergeben. Weil, ohne Witz, wenn die jetzt halt noch so einen Kracher rausholen und das mit den Slidern richtig gut funktioniert und die 100 Swatches alle toll aussehen und das mit dem Make-Up-Slider richtig gut funktioniert und so. Äh, ohne Witz, das könnte so, so cool sein. Äh, wenn dann die Leute wiederkommen und dann sagen so, jo, dann können die sich ja auch wieder anderen Sachen widmen, die halt nicht so toll waren, ne. Und, ähm, ja. Genau. Das wird schon. Wir kriegen das schon hin, dass das halt alles wieder in Ordnung ist. Ach ja, ach ja. Ich meine, ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass die Sim-Gerüst wirklich nur das Beste wollen für die Sims-Leute, weil, also die Spieler, weil die antworten ja auf Sachen und die sehen die Sachen wirklich und so. Aber ich meine, die, die können ja dann wirklich dann zu dem Haupttypi da gehen und sagen, also halt dann letztendlich wirklich nur diese, so einen Vorschlag machen und sagen, jo, ähm, hier und so, wir, wir, wir möchten, also die Community möchte das und das. Können wir das umsetzen? Ne, und dann entweder sagen die so, jo oder nee. Und, ähm, ja. Das ist dann letztendlich dann nicht die Entscheidung von den Sim-Gerüstern und das ist halt dann immer das, ne. Weil das vergessen die Leute halt, dass die halt nicht einfach die alleinige Macht haben daran, was jetzt ins Spiel kommt und was nicht, ne. Also, klar, ähm, Sachen wie, dass wir halt keine vernünftigen, dunkelhäutigen Farbstöne an Hautfarben haben, ist natürlich trotzdem ein bisschen peinlich für, ähm, ein Unternehmen, was halt so riesig ist. Aber, ähm, ja, ne. Also, dass jetzt da so ein großes Loch an Gameplay-Elementen ist, also wenig genug haben davon, dafür, ähm, es ist zwar keine Ausrede dafür und so, aber letztendlich, die haben halt die Entscheidungsgewalt darüber. Ne, da kann man halt dann leider nicht mehr so viel dagegen tun. Und das ist halt immer so eine Sache. Wenn, wenn die, wenn die obersten Leute sagen, nö, machen wir nicht. Oder kriegen wir nicht so hin, wie wir, also, wie ihr euch das vorstellt. Dann, ähm, dann ist das halt leider, äh, nicht die Macht von irgendwelchen Sim-Gurus, nicht die Macht von der Community, auch wenn sie sich das wünscht, ne. Aber, äh, ja, ich hoffe einfach, dass das, dass das wieder alles wird, ne. Wie gesagt, ihr könnt mir ja sagen, was ihr davon denkt, ne. Weil an sich müsse dann das, äh, gehen. Punkt. Pff, hi, ich bin Jenny und ich bin komisch, falls ihr das noch nicht wüsstet. Hi. Also, falls ihr meine Videos, also, wenn ihr das Video noch bis hierhin guckt, dann seid ihr sowieso komisch, okay? Ihr seid richtig komisch, weil ich habe ganz viel Mist gelabert, am Anfang vor allem. Mittendrin dachte ich mir so, yo, ich fange jetzt mal ein wichtiges Thema an. Und dann rede ich da 20 Mal um den heißen Brei. Hi, it's me. Ja. Also, wenn ihr das bis hierhin guckt, dann seid ihr noch komischer, als, ähm, als ich eben gesagt habe, dass ihr mich küssen sollt. Ich bin ein Weirdo. Aber ich habe das Video extra nicht ganz so lange gemacht. Also, ich wollte es, es sollte ja erst 40 Minuten gehen. Stell dir das mal vor, ey. So lange wäre ich keiner dran geblieben, ohne Witz. Das kann mir keiner erzählen, dass ich immer so lange dran geblieben bin, ja. Ach ja, ach ja. Ach. Und hier seht ihr übrigens noch eine kleine Roomtour. Ich habe halt nochmal sowas hier aufgenommen, weil, ne. Das ist natürlich dann auch ein bisschen verschnellert, weil das sonst ein bisschen zu lang gewesen wäre. Aber, ja, dann könnt ihr nochmal einmal sehen, wie das Ganze aussieht. Und wie gesagt, ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem Haus tatsächlich. Weil, irgendwie bin ich ein bisschen aus meiner Komfortzone rausgegangen. Und das ist halt ja immer auch so eine Sache, die halt dann total toll ist, ne. Ich habe extra aufs Sommer gestellt, damit das draußen besser aussieht. Weil das hätte sonst, glaube ich, ganz komisch ausgesehen. Wenn ich da wirklich noch im Frühling oder was geblieben wäre und dass da alles abgestorben ist. Ach ja, ich habe extra das umgestellt, ja. Ich wusste vorher gar nicht, wie das geht. Wenn ich ehrlich bin. Aber, ja, wir sind jetzt in einem der letzten Räume. Da ist noch das Badezimmer und jetzt kommt noch das Elternzimmer. Und dann kann ich sagen, ups, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin und tschüss! Tschüss! Tschüss!